Musik Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Happy Wheels Es geht weiter, Happy Wheels war ja in einer ganz kleinen Pause Aber ich habe mich dazu entschieden Huch, ach ne da wollte ich eigentlich gar nicht Obwohl, die könnten wir eigentlich auch mal alle machen, die Titel Die machen wir mal Das machen wir mal, genau Ich habe mich dazu entschieden, wieder weiter zu spielen Weil mir Happy Wheels einfach mal total viel Spaß macht Und da fahren wir Müssen wir hier lang her, müssen wir Zack, 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 zack Oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh Gott, was ist das denn? Was ist das denn? Oh mein Gott Da kommt schon einer gelaufen Oh Gott, ist das Okay, müssen wir rüber Da oben ist irgendwie so eine So, hier Was gibt's hier? Nicht besonders Wird hier einfach nur durchgefahren Oder wie? Oh Gott Alter, Alter Wie schnell ist das Ding denn? Ich glaube, wir kriegen gleich wieder Besuch Von diesem bekloppten Mähdrescher Oder? Nee Oh Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ja Meine Ja, jetzt ist gut hier Okay Yo Susan They got Nuggets Um Ja gut Was ist das für ein Level? Also es ist richtig geil designt, aber es ist einfach mal komplett Ähm Genau, Michael Bay Äh, ist das auch irgendwann zu Ende? Gibt's hier irgendwann den Ah, McDonalds Subway Rampage Ah Gut Hm German Bombo Skate State Park Männisch Renaissance Faire Today Okay Muss ich hier irgendwie hin Oder muss ich hier irgendwie was Okay, ich muss da glaube ich nicht hin Oh Oh Jo Als mal das Kind gefinisht Ähm, Alter, mal mit Hut Kannst du bitte mal Danke Jo 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 Natürlich Don't touch the gear Ne gut Ähm, hab ich gesagt, dass ich da nicht rankomme Zack Geh mal weg Suppenkasper Und ich ahne schon, dass da was passiert Oh Ähm Äh, Aua Und so Aua Ah gut, jetzt hören wir uns Ähm Darf ich hier lang? Darf ich hier lang? Sehr gut Genau, lass die Lass einfach mal los Okay, ich glaube Was er da für Kunststücke macht auf seinem Hoch, genau Und jetzt drauf da Bats Junge Achso, hier muss irgendwas gemacht werden Land hier Eject set Hold up for second grab on space charge Ähm Okay Ich glaube ich muss da runter Oh yeah Oh yeah Jetzt kommt, wann kommt mein Gegner? Da ist mein Gegner Bats Junge Ich hab gedacht, wir nehmen die Prinzessin auch gleich noch mit Och, den kennen wir doch von eben gerade Äh Was ist das? Still purple Keep out Unnatural science We cross lines Man was never me to cross Äh, kann ich hier jetzt nicht mal drüber springen? So Runter geht's Oh Atommüll Ich glaube, ähm Huh Ah, jetzt springt er da drüber Genau Zack, 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 zack Was ist das? Ich Glaube, das ist nicht so Oh mein, oh mein Gott Ähm Ah Wird grad fragen, wann's weitergeht Jetzt gibt's die Zeitreise Ich fass es nicht Wie geil ist das denn bitte? Wie geil ist das denn bitte? Wie geil ist das? Ähm Ähm Tododino darf ich hier raus aus dir? Danke Wie geil ist das denn bitte gemacht? Kann ich hier auch Todorops? Ist doch viel zu hoch, oder? Äh Oh, das ist doch, es geht Dank Gott, du findest mich Ich bin Yo Mach's gut, Berner, ne? Ich glaube, ihm geht's nicht mehr so gut Aua Oh, 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 oh. Oh, oh. Nein. Kommt die immer noch hinterher? Oh, die kommt immer noch hinterher. Oh Gott. Kann ich da, kann ich da, kann ich da? Nee, das klappt nicht, das klappt nicht, das klappt nicht. Ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Nee, ich kann hier rein. Yay. Alter, das Level. Zack. Jetzt bin ich hier im Wasser und jetzt fallen da bestimmt irgendwann noch irgendwelche Steine runter, oder? Nee, noch nicht. Use arms. Grab hier. To grab. Ich möchte hier erstmal hoch, bitte. Und zack. Darf ich hier hoch? Darf ich hier hoch? Darf ich hier hoch? Darf ich hier hoch? Danke. Land hier. Eject Set. Und dann möchte ich bitte diesen Schwanz greifen. Auch wenn sich das komisch anhört. Jo, wahrscheinlich. Genau, voll in den Kopf dran. Genau, den dicken Order mitgenommen. Und up in the victory. Yes. Also ich muss sagen, diese Level machen irgendwie wirklich die Fun, weil sie total geil Design sind und weil sie auch total lustig sind. So, Chaos City. Was ist denn da hinten jetzt runtergefallen? Was ist da hinten runtergefallen? Ich möchte es sehen. Ich möchte es sehen. Das Level leckt. Oh mein Gott, was ist das denn? Ein Strauß? Oder ein Emu? Oder wie die Viecher heißen. Die zerrt ihre Kinder schon mit. Hier, zack. Geh mal weg, alter Mann. Ich hätte, glaube ich, da rüber gemusst, oder? Jetzt kommt das Strauß und Vieh neu runter. So, ich möchte hier mal bitte gucken, wo das Vieh runtergefallen kommt. Jetzt kommt das Vieh gleich angelaufen, oder? Jetzt kommt das Vieh angelaufen, genau. Können wir hier stehen bleiben? Oh, ne, der trampelt uns kaputt. Der trampelt uns so, oder? So, wir müssen jetzt hier so ein bisschen links-rechts-Taktik anwenden. Äh, genau so, genau so, genau so, genau so machen wir das. Genau so machen wir das. Okay, wir machen das nicht so. Und jetzt haut nochmal. Obstakelchorus hört sich doch gut an. Kleiner! Aha. Ja, komm. Ja. Genau. Mach mal einfach mal durch hier. Oder auch so nicht. Okay, gut. Wir müssen uns irgendwie ein bisschen unten halten. Unten halten, habe ich gesagt. Ja, 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 ja. Nein. Das sieht gut. Das sieht gut aus. So, warte. Epic Jump. Okay, da haben wir, glaube ich, ein bisschen wenig. Ja, wir haben viel zu wenig. Wow. Oh, wir hätten es beinahe nochmal geschafft. Okay, jetzt sind wir aber auch tot. Ähm. Your goal is to survive. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, genug. Ja, jetzt kriegen wir darüber. Sehr gut. Und jetzt kommen hier diese komischen Laufemesser an. Ähm. Okay. Okay, dieses Messer macht uns gerade so ein bisschen Probleme. Ach, unsere Sohne, Mann, ist ja weg. Das tut mir leid. So, hau mal ab. Zack. Ah, da kommt diese komische Dings. Oh mein Gott. Arrowgun, arrowgun. Fahr doch weiter, fahr doch weiter, fahr doch weiter, fahr doch weiter. Was? Be extremely careful here, ja, ja. Harpoon ahead. Backflip. Oder auch nicht. Oh, da wird durchgerusht. Und da wird durchgerusht. Und hier fliegen wir einfach mal drüber. Oder auch nicht. Zack. So, be extremely careful here, harpoon ahead. Und jetzt kommt aber der Backflip. Oder auch nicht. Front. Nein. Na. Okay, machen wir so. Nice. Keep going. Ja, hatte ich auch so vor. This part can be hard. Oh mein Gott. Oh mein. Eieieieieieieieie. Eieieie. ja gut habe ich gesagt dass das was wird durchgerutscht genau oh mein gott mit einem tempo und links rechts jo und jo jetboy extreme klingt gut aha start to fly up forward down backward shift left fist right fist um jo 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 ja was war das denn ich glaube wir haben das levy gesprengt ja ne jetzt gehts hoch oh da war unser anzug schneller als wir ja ja so ok halt stop get down ja 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 was 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 kurz vorm ziel ist das dein ernst ja ja gut und ich würde sagen bei diesem wundervollen blue screen von happybeads belassen wir es jetzt heute mal wenn euch die folge gefallen hat wie gesagt zwar es fängt an zu piepsen wo piept es liebe leute wenn euch dieses video gefallen hat dann lasst doch gerne ein like da ja happybeads wird immer als zusammenschnitt kommen denke ich mal und von daher auch nur einmal die woche dienstags jeweils und ja wie gesagt schön dass ihr dabei wart wenn es euch gefallen hat bewertet das video gerne würde mich sehr sehr freuen und dann verabschiede ich mich und sage tschüss